Wusstest du, dass du mit diesem Ding hier einmarschieren wirst, sind diese Haare echt? Scheidenpilz. Scheidenpilz? Scheidenkleister? Ach du Schande, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Wo kommst du her? Aus der Gitarre? Aus der Gitarre? Das ist glaube ich nicht weit von dir, aber das ist mit den Geräten. Oh, da sind Fans von der Gitarre. Wem drückst du ganz besonders die Daumen? Max? Max? Dann wirst du einmarschieren auf die Musik von Maxi Maser. Und wir werden dir das Gefühl geben, als seist du jetzt so eineinhalb Minuten lang 17 Jahre jung. 17 Jahre jung und du seist Max soft. Neben dem Inchstein, kriegst du das hin. Da unten geht's los, auf den roten Teppich. Da unten geht's los. Und wenn die Spieler einlaufen, da haben wir hier den Teppich. Wenn die Spieler einlaufen, habt ihr die Möglichkeit, euch hier vorne auch ganz nachzustellen. Ich finde, wir sollten Max Hopp jetzt auch feiern, als wäre er einer der ganz, ganz großen. Wir könnten wirklich abflaschen, wenn das Spiel dann vorbei ist, ohne Chance, eure Leute auch mal so da abzustauen. Also, wir ließen die Stelle hier aus. Und nämlich ein Gentleman. Er war bei der Weltmeisterschaft der zweitgößte Teilnehmer in der Geschichte. Vielleicht das größte Teilnehmer, das Tag läuft, das ich jemals gesendet habe. Und es steht in Runde 2 wie ein Heldesal. Herzlich willkommen für den nächsten Reißer. Max, Max! 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 Vielen Dank.